Hallo Leute, heute kam die erste von vier Bestellungen aus Polen und ich zeige euch mal, was da alles so schönes dabei war. So, fangen wir an. Zweimal P2000, jeweils 20 Stück im Päckchen. Dann 20er Päckchen FP3 von Jorge. Zwei Päckchen Widowmaker FP3. Dreimal FP3 Small. Zwei Riesenstrobos. Eins und zwei. Dann noch zwei Mini-Strobos. Zwei Stück. Zwei Rote Bängelos. Ja, hier. Ein Wrapped Stroke Torch. Dann haben wir noch vier Rauchbomben. Gewalt 120 Gramm in die Teile. 1, 2, 3, 4. Noch zwei blaue Bängelos. Und zuletzt noch. 10 noch Leuchtfackeln. Rote. Und zwar 1, 2, 3. 4, 5. 6, 7. Das wär's gewesen, das Erste. Wie gesagt, da folgen noch drei Bestellungen. Wer nicht mir ein Abo da lässt. Bis demnächst. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21. Demn produzierten Kilo. 0,02, 3, 20, 21, 21. 25, 20, 22, 23, 23, 25, 25, 25, 25, 26, 25, 25, 26, 25, 26, 26, 26.